Finde ich Paluten bei Akinator? Finden wir es heraus. Ist deine Figur weiblich? Also wahrscheinlich nicht oder nein? Mach deine Figur Minecraft-Videos? Ja! Sag deine Figur bei YouTube am Anfang, Hallo mein Name ist Luca. Ey, ich glaube nicht, dass es Paluten ist, sondern eher... Hallo mein Name ist Luca. Hallo mein Name ist Sophie Sander. Hat deine Figur einen Hausschwein namens Edgar? Ja, das ist er wirklich. Trägt deine Figur ein Torwarttrikot? Hä, was ist das denn jetzt? Also nein. Spielt deine Figur ins Hauspack mit? Nein, wir hatten doch gerade schon Edgar. Wie kommt er jetzt auf sowas? Hat deine Figur etwas mit Edgar zu tun? Habe ich gerade schon gesagt. Paluten Patrick Meier. Ja, das ist er, glaube ich, oder?